Moin Leute, guten Start ins Wochenende wünsche ich. Heute ist der 16. Das ist das kleine Paket hier. Machen wir sofort auf und wir haben einen kleinen Bithalter interessanterweise. Auch wieder für eine Baumaschine oder so. Ein bisschen kurz hier oder? Vor allem mit der Form hier könnte man auch gut mit einer Zange dran. Ich weiß natürlich nicht ob das dann auch geplant ist. Ich habe ja aus der 14 zum Test mal den 5x6kant genommen. Den könnte man jetzt einfach hier reinstecken und benutzen. Sogar mit Magnet drin. Ja gut, ziemlich nice. Wir packen die 14 mal wieder rein und die 15 natürlich, äh 16 natürlich auch. Vergesst euer eigenes Türchen nicht und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein Leute.